Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Path of Titans. Heute spielen wir zum allerersten Mal den Dinosuchus. Bei dem habe ich mich für die Variante, die schneller am Wasser ist und die mehr Schaden im Wasser macht, entschieden. Oh, ich bin direkt hier gespawnt, bei der Kraterwiese. Ja gut, ne? Das werden wir, glaube ich, nicht lange überleben. Ich kann ja mal testen, ob die hier freundlich sind. Oha! Warum? Nicht hauen. Er will mich nicht. Okay. Aber jetzt können wir wenigstens an einer anderen Stelle spawnen. Das gibt es nicht, ich bin hier schon wieder gespawnt. Oh, das ist ein Kompi. Den snacke ich jetzt. Yay, unsere erste Beute. Ah, die war auch sehr winzig. Ja, Alter, muss ich wohl hier Missionen machen. Das nützt ja nix. Aber ich habe aktuell gar keine gute Mission hier. Oh, guck mal, hier sind auch große Crocs. Meint ihr, die sind böse? Das sind voll viele große Crocs. Das sind aber, glaube ich, auch Deinos und keine Sarkos. Ja, cool. Vielleicht kann ich mich denen auch anschließen, wenn das geht. Ah, hat wirklich geklappt. Und dann sind wir jetzt nicht mehr allein. Ach, der Kompi ist wieder da. Er will sich rächen. Geh mal näher ins Wasser. Ha, er ist down. Was ist das überhaupt für ein Regenbogen, Kompi? Ich glaube, das Wachsen, das wird ja nix. Ich werde safe wieder drauf gehen. So viel, wie hier los ist. Oh, der greift den Terry, glaube ich, an. Jetzt kommen sie alle. Los, ihr schafft das. Das sind ja quasi meine Stiefeltern. Aua. Mal ins Wasser. Da wurde ich gehackt. Aber die Terrys machen viel Schaden. Ich glaube, meine Stiefeltern haben auch echt Probleme. Guck mal, wie low die sind. Vielleicht muss ich auch mal den Terry spielen. Der scheint echt stark zu sein. Na, wir chillen jetzt erstmal alle am Strand. Ruhen uns hier aus. Und er trägt irgendwas umher. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Das ist ja cool. Ah, der Kompi ist wieder da. Und ich bin... tot. Naja, dann kann ich jetzt wenigstens erstmal eine Ruhe-Mission machen. Dann wachse ich auch schneller. Jetzt bin ich halt auch nicht direkt da an dieser Wiese gespawnt. Das ist vielleicht besser so. Wir sind jetzt fast ganz ausgewachsen. Und ich habe richtig viele Attacken gelernt. Ihr seht ja die Leiste da unten. Ich kann jetzt einmal so einen normalen Biss. Dann kann ich Beute ins Wasser ziehen. Außerdem kann ich 90 Grad nach links beißen. Und auch 90 Grad nach rechts beißen. Und das Ganze kann ich auch 180 Grad, also nach hinten. Einmal links. Und auch einmal rechts. Und dann können wir noch eine Todesrolle. Das können wir aber nur, wenn wir Beute im Mund haben und im Wasser sind. Damit können wir, glaube ich, die Ausdauer von der Beute hinziehen. Ich komme übrigens unfassbar langsam mit dem Dinosuchus vor. Also sogar im Wasser. Aber ich habe noch eine neue Attacke gelernt. Weil wir können jetzt auch noch nach vorne chargen und alles beißen auf dem Weg. Das ist natürlich viel wendiger als wir. Ah, ich kann mich auch noch drehen. Das darf ich nicht vergessen. Wenn er hinter mir ist mit dem Biss. Ich versuche es jetzt mal, wenn er hinter mich geht. Er flüchtet halt nur. Na, komm. Cool, der hilft mir. Na, was ist denn nichts? Oh, es sind noch mehrere. Es hat ganz schön hohen Cooldown. Ich konnte mich gerade irgendwie gar nicht mehr drehen. Ah, wir haben ihn fast noch bekommen. Ja, cool, dass sie mir geholfen haben. Oha, was ist das denn für einer? Soll ich den mal angreifen? Ich lad mal meinen Biss auf. Den haben wir gut erwischt. Der sieht echt seltsam aus, oder? Also dieses Fell da oben drauf ist echt komisch. Ich denke nicht, dass ich den ins Wasser ziehen kann. Ich habe jetzt auch so eine Attacke gelernt. Wo ich aus dem Wasser schnellen kann. Aber es wird wahrscheinlich damit nicht funktionieren. Nicht bei so einem großen. Mein Mate ist da vorne gestorben. Ich glaube, da sind nämlich Moses. Moses sind gefährlich. Versuch's nochmal. Ich habe mich nochmal erwischt. Er steht leider nicht. Er ist gerade noch weggekommen. Ich habe nicht genug Ausdauer für meine Attacke. Ah, Mist. Oh, da haben wir ihn. Oh, das war jetzt ganz schön knapp noch. Ich dachte so, wenn ich stehen bleibe, kann ich meine 180 Grad Drehung machen und ihn töten. Aber ich hatte nicht genug Ausdauer, um das zu machen. Und dann stand ich einfach da und er konnte mich beißen. Naja, ist ja alles gut gegangen. Da muss ich echt drauf achten. Mit der Ausdauer. Das Problem ist halt, wenn man am Land sprintet, verbraucht man so unfassbar viel. Da kämpfen Bassboldier gegen die Metrodons. Vielleicht kann ich da eh was absnacken. Leg mich mal hier auf jeden Fall auf die Lauer. Muss nur aufpassen, weil hier im Wasser sind halt auch Moses. Da haben wir einen. Sehr, sehr gut. Jetzt machen wir die Todesrolle. Wird den gern los. Lass ich, weiß gar nicht, wie das geht. Ich habe leider gleich keine Ausdauer mehr. Ist die Ausdauer halt verbraucht, aber wir haben ihn gekillt. Oh nein. Müssen aus dem Wasser die Moses kommen. Boah, wie stark der ist. Okay, ich werde drauf gehen. Ich habe keine Ausdauer mehr. Der Tail-Raidet mich halt jetzt einfach. Aber der macht mir voll viel Schaden, hätte ich nicht gedacht. Oh, da schläft was, oder? Moser, glaube ich. Oh, das war Lucky. Aber ich glaube, so im Kampf habe ich fast keine Chance gegen den, weil er viel, viel zu schnell ist. Der kann halt immer wegschwimmen, dann seine Charge-Attack da machen und auf mich drauf. Ich bin halt super langsam im Wasser. Ein Tenor, oder? Ich glaube, ja. Ah, ich bin verfehlt. Tja, Tenor, das war's mit dir. Oh, da vorne wäre nochmal ein Dimetrodon. Vielleicht können wir den ja überraschen. Wenn er hier nochmal durchschwimmt oder so vielleicht? Der muss ja hier wieder zurück. Sehr gut. Jetzt ab ins Wasser. Und dann machen wir gleich die Todesrolle. Dem zieht der nämlich Ausdauer, glaube ich. Das hat doch sehr gut funktioniert. Und den lassen wir jetzt natürlich auch wieder schmecken. Ah, guck mal, hier vorne ist ein Sauropode. Ah, der trinkt von da oben. Moment, ich kann den trotzdem beißen? Nein, ich glaube nicht. Ah, krass, dass er von dem Felsen hier trinken kann. Ich hätte ihn sogar eventuell beißen können, hätte ich es richtig gemacht. Aber ich wusste nicht, dass ich so senkrecht nach oben komme, wenn ich aus dem Wasser gehe. Ich hätte halt so machen müssen. Dann hätte ich in seinen Kopf beißen können. Mit so einem Überraschungsangriff könnte ich dem Krog vielleicht helfen. Ich glaube, ich werde es mal versuchen. Muss hier raus. Aber ihr seht ja, wie schnell der Moser ist. Er hat mich halt rechtzeitig bemerkt. Deswegen konnte ich nicht mehr viel machen. Ah, schon krass, dass er das gehört hat, ne? Dass ich meinen Biss aufgeladen habe. Mein Knochenbrecherbiss. Oh, da ist noch ein Krog. Da habe ich ihn fast erwischt. Na, die Krogs müssen hier zusammenhalten. Gegen den Moser. Oh, ich glaube, die haben den schon. Jetzt gehört das Gewässer wieder uns. Oh, da kommt ein Dino Kairos. Soll ich den abfangen, wenn er ins Wasser kommt? Oder soll ich ihn Einlass gewähren? Er wird von den ganzen Kleinen da angegriffen. Ich lasse ihn rein ins Wasser. Ah, ich lasse ihn rein. Okay. 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 Meint ihr, ich komm da ran? Holt ihn euch. Sehr schön. Oh, das Wetter ist gerade richtig gruselig. Aber passt ganz gut zu dem Dinosuchus. Ich habe hier gerade vor uns auch irgendwo Schreie gehört, also irgendwas scheint hier auch zu sein. Den holen wir uns. Da wird kurzer Prozess gemacht. Einmal die Todesrolle. Und nochmal. Und da ist er down. Ich weiß gar nicht, was das hier für ein Tierchen war. Schnell raus hier. Der kann uns halt echt facetanken, obwohl ich einen Knochenbrecherbiss gegeben habe. Der Mosasaurus ist echt stark. Greift der mich an? Ich glaube ja. Ne, der ist freundlich. Okay. Ganz schön erschreckt. Wir haben halt den Moser hinter uns. Der sieht einfach aus wie Barney. Lila mit grünen Pünktchen. Oh nein. Na, Land hat ja auf jeden Fall einen Vorteil. Was machen denn die anderen da hinten? Das war ein guter Treffer. Okay. Na, der Schweifee macht kaum Schaden. Das ist ganz gut. Woll in dir. Oh, schön. Ich glaube, er hätte in die Knochen gebrochen. Oh, ich kann mich nicht drehen wegen den gebrochenen Knochen. Oh, das ist ja mies. Das wusste ich noch nicht. Dann kann ich meine Abilities gar nicht mehr einsetzen. Oh, ich habe mich darauf verlassen, dass ich mich gleich drehen kann. Diesmal habe ich extra auf die Ausdauer geachtet. Aber wenn der mir die Knochen bricht, kann ich das auch nicht einsetzen und mich drehen. Oh, das ist aber gut zu wissen, ey. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, ich glaube, wir haben jetzt genug Chaos verbreitet. Ich habe jetzt auch echt eine ganze Weile gespielt, muss ich sagen, weil am Ende hat es mir richtig Spaß gemacht mit dem Dino. Mit dem gibt es auch viel zu lernen. Der spielt sich halt sehr, sehr anders als die anderen so, weil er sehr schwerfällig ist und man dann viele Sachen beachten muss. Aber war cool. Also hat echt Spaß gemacht. Falls euch das Video auch gefallen haben sollte, dann lasst gerne ein Like da. Das würde mich sehr unterstützen und schreibt auch gerne in die Kommentare, welchen Dinosaurier ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi.